Small Big Meisterschaft 2007 Wir sind eine Kontaktlinsenfirma. Wir sind eine Kontaktlinsenfirma. Wir sind eine Kontaktlinsenfirma. Da stehen meine Kollegen unten. Ich habe das Geschenk gekriegt. Freust du dich denn über dein Geschenk? Ich freue mich ganz toll. Ich habe tierisch Schüsse jetzt hier, aber ich freue mich. Weil wie gesagt, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Schau mal an, was du dir jetzt hier da antust. So, da geht es runter. Und? Was sagt der erste Blick? Scheiße. Scheiße. Jetzt. Wo ist das Berlin? Echt, weil ich viel hell. Ja, das ganze siebt hier da unten. Das ist gerade Leipzig. Das ist gerade Leipzig ist jetzt dieses Wochenende das Band. Wie in Leipzig, oder? Nee, gestern war nur. Danke. Das ist total hoch. Das ist total hoch. Hallo. 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 Das ist vielleicht nicht durchlaufen. Aber so zwischen den beiden, oder? Nein, nein, der war es drauf. Na, mach deine Fußgänger rein. Warte, geht wohl. Du kannst mir gleich mal ein Gefallen tun und mir die Sicherung eingeben. Schieb dich mal nach vorne raus, wir sind Schießbinder. Die andere rausnehmen. Genau, jetzt schon. Ja oder ja. Mach mal. Trau dich. Richtig nach vorne raus. Richtig. Super, schön. Genau, jetzt stell mal deine Beine nach vorne. Genau, Beine breiter und nach vorne raus. Oh mein, der Dücker wird auch nicht. Ja, du musst noch ein Stück runterrutschen. Füße bleiben noch schön stehen. Jetzt hängst du richtig drin. Das ist auch nicht mehr so schwer mit innen. Pass auf, dann bleibst du jetzt stehen. Setz deine Füße noch nicht weiter. Wir ziehen mit der linken Hand. Zieht das Seil noch ein Stückchen zu dir ran. Nach oben ziehen, ja? Okay. Füße stehen lassen. Genau, noch nicht wegrutschen mit den Füßen. Lass sie schön stehen lassen. Genau, noch nicht wegrutschen mit den Füßen. Okay. Den rechten Arm nimmst du mal zur Seite, damit das Seil schön auf den Gurt landen sollt. Und nicht auf deinen Sacken. Gurt zur Seite. Ne, ne. Dein rechter Arm bleibt am Seite ran. Okay. Und die nimmt jetzt jetzt dein Stückchen zur Seite. Ja, ja, ja. Genau. Super. So, und jetzt zieh dich mal noch ein Stückchen nach unten und versuch mal dabei schon mit zu laufen. Nicht zu rutschen, sondern, genau, mach deine Füße schön an die Wand ran. Mach die noch ein Stückchen nach oben. Genau, genau. Und stütz dich raus mit den Füßen. Genau. Super. Genau. So wird's was. Und jetzt immer schön durchlaufen lassen, das Seil, ne? Lass die Füße schön breit. Das läuft sich besser. Genau. Und jetzt ziehen und laufen. Genau. Mach deine Hände mehr auf. Schön. Wirklich gut. Mm-hmm. Woo! W stuntmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020